Ah, scheiß! Das hört gar nicht auf, das wird ja immer schlimmer, da weißt du ja nicht mehr, wo du nachruf musst du schon durch den Wald, ach du Scheiße! Das ist die Hauptstraße nach Froschhausen, man mag es nicht glauben, aber hier steht, ja hier ist nichts mehr, hier steht nichts mehr. Das wird immer schlimmer. Es geht auch in den Bäumen so weiter, da haben wir mal wieder 10 Meter nichts und dann sieht es hier wieder aus wie, ja nach irgendeinem Krieg. Im Hintergrund hat man vielleicht die Sirenen in Froschhausen, aber dem bin ich noch weit entfernt. Unglaublich! Nicht normal! So, gut, jetzt gucken wir mal, was sieht es jetzt besser aus, wenn die hier nicht so düssig wird. Ach du Scheiße! Das ist normal alles Wald, da steht kein Baum mehr, die sind alle umgebrochen und umgeknickt. Komischerweise, das Schild steht noch, aber die Bäume nicht mehr. Hier haben wir jetzt die Hauptstraße nach Froschhausen. Und im Hintergrund, ich probiere es mal heranzuzoomen, erkennt man Froschhausen. Untertitelung des ZDF für funk, impl Thanks!